Hallo und herzlich willkommen bei Swagtab. In diesem Video wollen wir mal schauen, wie sich das LG G4 im Quadrant Standard, im Antutu, im Geekbench 3 und dann auch noch im GFX Benchmark gegen das Samsung Galaxy S6 und das HTC One M9 schlägt. Am Ende werden wir dann auch noch die Temperatur messen, also schauen welches von den drei wie warm geworden ist und vor allem eben auch welches am wärmsten geworden ist und vorab natürlich wie immer das übliche, ich habe alle drei eben neu hochgefahren und wir haben auch keinerlei laufende Apps, das zeige ich euch jetzt mal schnell hier beim G4, dann hier beim Galaxy S6 und natürlich auch noch beim HTC One M9. Also die Bedingungen sind wirklich ziemlich identisch und wir fangen jetzt gleich mal hier mit dem Quadrant Standard Benchmark an. Ich sage es immer wieder, nach wie vor wohl die bekannteste Benchmark App, wenn auch leider nicht die aktuellste, aber wir schauen jetzt mal, wer hier dann am Ende den höchsten Wert schafft. Ja, ist meiner Meinung nach ein sehr, sehr interessantes Video, einerseits weil wir drei Flaggschiffe haben, die drei Android Flaggschiffe, wenn man so will, aber wir haben auch drei unterschiedliche Prozessoren, beim G4 nämlich den Qualcomm Snapdragon 808, ein Sechscanner, ein Hexacore, hier beim HTC One M9 ganz rechts den Qualcomm Snapdragon 810, ein Octacore, das eigentliche Flaggschiff von Qualcomm und in der Mitte etwas von Samsung, nämlich den Exynos 7420, auch ein Octacore, aber wohl mit der potenteste von den dreien, ich glaube das kann man im Vorfeld schon mal sagen. Dann bei allen dreien drei Gigabyte Arbeitsspeicher, ja, sollte meiner Meinung nach ganz interessant werden, schauen wir mal, was die einzelnen Smartphones denn so geschafft haben. Wir haben hier beim LG G4 24441 Punkte, das ist schon ein ganz ordentlicher Wert, kann aber natürlich nicht ganz mit dem Galaxy S6 mithalten, hier haben wir phänomenale 38418, das ist schon echt eine Ansage und beim One M9 dann 31.560, wenn ich das richtig sehe. Also wir sehen hier, der Unterschied zwischen Qualcomm Snapdragon 808 und 810 ist auf jeden Fall da, aber so groß ist er gar nicht, also der Exynos 7420 liegt hier ganz klar vorne. Und weiter geht's im Antutu Benchmark, ihr seht, wir haben natürlich bei allen dreien die gleiche aktuelle Version, das HTC One M9 zeigt hier auch schon ein Ergebnis an, das ist noch von einem älteren Durchgang, da gab es so ein paar Probleme beim Dreh, aber ja, das lassen wir einfach nochmal durchlaufen, kann man dann ja auch ganz gut vergleichen, ob es denn wieder so viel schafft und ich kann schon sagen, Antutu Benchmark, das dürfte jetzt ziemlich interessant werden, denn einer so der Hauptgründe, wieso LG beim G4 auf den Qualcomm Snapdragon 808 und nicht auf den 810 gesetzt hat, wie man es beispielsweise noch beim G Flex 2 gemacht hat, ist eben, weil, das sollte ja bekannt sein, der Qualcomm Snapdragon 810, der hat ganz leichte Hitzeprobleme, also er wird ziemlich schnell warm verglichen mit anderen aktuellen Prozessoren, auch älteren Qualcomm Prozessoren, dadurch muss dann entweder der Prozessor nach unten getaktet werden oder das Smartphone wird eben ziemlich warm. Letzteres war anfangs beim One M9 auch der Fall, dann kam ein Performance Update, das war noch kurz vor meinem Review, habe ich ja dann gesagt, also es wird nicht mehr unglaublich warm, das haben wir auch in verschiedensten Videos gesehen, es waren immer so um die 41, 42 Grad, das ist jetzt nicht kalt, aber auch nicht besonders warm, aber ja, das wird dann vermutlich eben so laufen, dass der Prozessor einfach sukzessive nach unten getaktet wird, eben je mehr er beansprucht wird, damit er eben nicht überhitzt, da hat sich LG dann vermutlich gedacht, setzen wir lieber auf den etwas weniger potenten Qualcomm Snapdragon 808, der wird dann vielleicht dafür nicht so warm, aber wollen wir mal schauen, ob das Ganze dann aufgeht, da sollte das bei den Benchmarks jetzt auch schon ganz interessant sein zu sehen, denn ja, Benchmarks sind somit das Aufwendigste, was man machen kann, wenn das jetzt dann mal eine Zeit lang läuft, dann sollte eigentlich hier die Power immer weiter sinken und die beiden sollten sich immer näher annähern, mal schauen, ob das dann auch wirklich so sein wird. Eins, glaube ich, kann man gleich schon sagen, an das Galaxy S6 werden die beiden, was die Benchmarks angeht, vermutlich nicht so ganz rankommen, aber lassen wir uns mal überraschen. Heute ist Sonntag, wenn ich das Ganze jetzt drehe, ich habe das LG G4 jetzt dann seit gut drei Tagen als Daily Driver in Gebrauch und ja, ich kann euch schon mal ein paar Worte zu meinem ersten Eindruck erzählen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag das Design und ich mag das Handling sehr, sehr gerne. Das habe ich schon beim LG G3 gesagt. Ja, es liegt einfach daran, dass obwohl wir hier 5,5 Zoll haben, hier 5,1, hier 5 Zoll, liegt das Ding unglaublich gut in der Hand. Man kann es noch ziemlich gut einhändig bedienen. Also ja, das hat mir beim G3 schon gefallen. Das hat man hier sogar noch mal etwas besser hinbekommen, meiner Meinung nach, durch dieses leicht gebogene Design. Also von der Ergonomie her wirklich ein sehr, sehr gutes Smartphone und ihr seht ja auch wieder dieses vergleichsweise geringe Display-Oberflächenverhältnis. Obwohl wir hier das mit Abstand größte Display haben, ist es kaum größer als das One M9, nur das S6 ist einen kleinen Tick handlicher. Ja, es ist natürlich nicht so hochwertig wie die anderen beiden, das muss man auch ganz klar sagen. Aber ja, zumindest die Ergonomie ist sehr, sehr gut. Wenn man auch sagen muss, das Glas hier bzw. das Aluminium hier, das fühlt sich natürlich noch mal ganz, ganz anders an. Das Display wurde auch deutlich verbessert, so viel kann ich, glaube ich, schon mal vorwegnehmen. Ich habe ja beim G3 kritisiert, dass das Display zwar ziemlich scharf ist, was Helligkeit, Blickwinkelstabilität und Farbdarstellung anging, weil es aber eben nicht so gut wie beispielsweise die Konkurrenz von Samsung oder von HTC. LG will da einiges verbessert haben und so viel, glaube ich, kann ich schon vorwegnehmen. Man hat, also das ist auf jeden Fall auch gelungen. Das Display ist eine ganze Ecke besser. Mehr dazu dann, wie gesagt, im Review. Die Kamera macht bisher auch einen ziemlich guten Eindruck. Also mir gefällt vor allem dieser manuelle Modus, weil der wirklich sehr, sehr einfach gestaltet ist. Wie bei einer DSLR, man kann schnell alles einfach manuell verstellen. Also das macht auch schon einen ganz guten Eindruck, muss ich aber noch genauer testen. Das Gleiche gilt eben auch für die Kamera, äh, für den Akku, entschuldigt, und für die Performance. Ja, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Bei der Performance gibt es noch so ein paar Dinge, die mich stören, aber die ist auch besser als beispielsweise beim G-Flex 2. Schönes Schlusswort. Jetzt sind alle fertig. Und ja, es tritt schon leicht das ein, was ich so gesagt habe vorher. Wir haben hier 46.743 Punkte. Hier 52.762. Also der Unterschied ist gar nicht mal mehr so groß. Hier aber dann eben 64.350. Der Unterschied ist schon deutlich größer. Wir machen gleich mal mit dem Geekbench 3 dann weiter. Das ist also der Geekbench 3. Ihr seht hier nochmal die technischen Daten, die ich euch ja eben schon erzählt habe. Noch eine Besonderheit des G4. Wir haben hier schon Android 5.1, bei den anderen beiden noch Android 5.0.2. Beim S6 sollte 5.1 dann ja auch im Juni kommen, wenn ich das letzte Woche richtig mitverfolgt habe. Wir klicken auf Run Benchmark. Das geht jetzt normalerweise dann auch ziemlich schnell. Das sieht man dann auch schon ganz gut. Auch den Weiswert hat LG deutlich verbessert. Der war ja beim G3 auch nicht so gut, ist hier beim G4 jetzt deutlich besser. Der Geekbench sollte auch nochmal ganz interessant sein, weil wir eben diesen Single-Core-Score und den Multi-Core-Score haben. Ich sage jetzt mal, gerade im Single-Core-Score sollte der Qualcomm Snapdragon 808 gar nicht mal so weit hinter dem 810er liegen. Im Multi-Core-Score dann natürlich schon eher, weil wir eben einfach ein paar Kerne mehr haben. Aber ja, mal abwarten, was dabei dann rauskommt. Und wir wollen dann eben einfach mal schauen. Wie gesagt, beim One M9 bin ich echt gespannt, wie warm das dann wird. Das Galaxy S6 war als erstes fertig. Das kann ich auch schon sagen. Diese Werte sind natürlich einfach sehr, sehr stark. Das wird keines der anderen beiden auch schaffen. Hier haben wir einmal 1483 und 5162. Und das ist jetzt ein ziemlich starker Wert im Single-Core-Score, 1111 zu 3526. Schauen wir mal, was das One M9 mit dem Snapdragon 810 so schafft. Und ihr seht es schon, es ist tatsächlich das eingetreten, was ich gesagt habe. Im Single-Core-Score schafft der 808er sogar mehr als der 810er. Und selbst im Multi-Core-Score, wenn man das Ding jetzt mal so anfasst, dann wird es schon etwas wärmer. Jetzt machen wir seit, ich würde mal sagen, 10 Minuten in echter Zeit Benchmarks. Vielleicht auch etwas weniger, aber es wird schon wärmer, während das G4 hier zum Beispiel noch ganz normal ist. Auch das Galaxy S6. Das war es aber jetzt erstmal vom Geekbench 3. Jetzt machen wir dann mit dem GFX-Bench weiter. Und jetzt kommt also auch noch der GFX-Bench. Das wird jetzt eine Zeit lang dauern. Ich sage immer so 15 bis 20 Minuten, also wirklich 15 bis 20 Minuten allerhöchste Beanspruchung der Hardware. Und ja, danach werden wir dann eben mal die Temperatur messen. Ich habe schon gesagt, eben gefühlt war das One M9 schon deutlich wärmer als die anderen beiden. Nach den ersten drei Benchmarks, aber ja, spätestens nach diesem GFX-Bench-Marathon wird man das Ganze besser beurteilen können. Man muss natürlich auch ganz klar sagen, das habe ich damals auch in meinem Review gesagt, das One M9 wird zwar wärmer als die Konkurrenz, der Prozessor wird dann eben auch heruntergetaktet seit diesem Update. Aber im Alltag, ja, man merkt es natürlich auch teilweise, wenn man gerne und viele Spiele spielt oder wenn man mal einfach das Ding neu einrichtet und dann auf einmal 100 neue Apps installiert. Aber ansonsten beim Surfen, WhatsApp, Twitter, Facebook und so weiter, da stört das eigentlich kaum. Also da fällt es gar nicht mal so stark auf, aber eben vor allem bei stärkeren Beanspruchungen. Jetzt bin ich ruhig, wir lassen das Ganze mal durchlaufen und ich melde mich dann wieder, sobald das erste Smartphone fertig ist. Wie gesagt, sollte jetzt so in der echten Zeit um die 15 bis 20 Minuten dauern, aber wir beschleunigen das Ganze natürlich. Und das Galaxy S6 war als erstes fertig. Wir wollen uns gar nicht lange die Werte anschauen, sondern gleich mal messen, wie warm es denn geworden ist. Ich hoffe, ihr könnt da einigermaßen was erkennen. Wir haben um die 37 Grad. Ja, unten wird es etwas weniger. 34, 36, 37. Also wir halten mal fest um die 37 Grad beim Galaxy S6. Wir warten mal, wie lange die anderen beiden noch brauchen. Das G4 ist jetzt auch schon fertig. Nur, dass ihr das hier sehen könnt, jetzt wollen wir auch hier mal die Temperatur messen. Und da bin ich jetzt extrem gespannt. Hier haben wir auch so um die 41 sogar hier im Bereich um die Kamera. Ich vermute mal, hier sitzt der Prozessor. 40 und dann wird es eben immer weniger. Hier unten dann nur noch 33. Hier sind es so 36, also wirklich nur im Bereich um die Kamera. Ich werde es jetzt auch mal in die Hand nehmen und so schauen, ob es denn unangenehm warm ist. Ja, tatsächlich nur im Bereich hier um die Cam. Ansonsten alles halb so schlimm, würde ich mal sagen. Die Werte werden wir dann, wie gesagt, gleich noch vergleichen. Hier das S6 hatte jetzt natürlich schon etwas Zeit zum Abkühlen. Aber das ist gefühlt sogar wärmer als das G4, weil wir da eben Glas auf der Rückseite haben und den Aluminiumrahmen. Aber ja, jetzt warten wir mal ab, was das One M9 noch macht. Und jetzt sind nochmal so um die zwei Minuten vergangen. Jetzt ist aber auch das One M9 fertig. Und es fühlt sich schon deutlich wärmer an. Bin ich jetzt mal gespannt, wie warm es tatsächlich ist. Hier haben wir im Bereich um die Kamera auch 38 Grad. Ja, wir gehen mal etwas weiter nach unten. So 37, 38. Also hier merkt man ganz gut, dass die Temperatur wirklich ziemlich gleichmäßig ist. Während man halt beim G4 gesehen hat, zum Beispiel, dass es hauptsächlich im Bereich um die Cam warm wurde, ist es hier eigentlich relativ gleichmäßig auf das Gehäuse verteilt. Aber wie eben auch schon bei den anderen Videos, nicht allzu warm, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also 38 Grad, das ist ganz normal. Es fühlt sich natürlich deutlich wärmer an, sage ich jetzt mal, als die anderen beiden. Was aber vermutlich einfach daran liegt, dass wir hier eben auch auf der Rückseite Aluminium haben. Das leitet ja nochmal ganz anders. Jetzt wollen wir aber auch noch ganz kurz mal so hier die Werte vergleichen, wenn man das überhaupt machen kann. Aber ihr könnt euch das ja hier einfach mal anschauen. Ihr habt ganz gut den Vergleich. Das sieht man dann eigentlich, wie eigentlich auch bei den meisten anderen Benchmarks. Das Galaxy S6 hat oft hier mal die Nase vorne. Wobei der Snapdragon 810 da teilweise auch ganz gut mithalten kann. Das G4 eher etwas weiter hinten, würde ich jetzt einfach mal sagen, wenn wir hier mal die Werte so miteinander vergleichen. Wobei man da natürlich aufpassen muss, denn teilweise ist die Einheit hier Sekunden. Da geht es natürlich darum, wer niedriger ist oder wer weiter unten liegt. Aber ja, das haben wir jetzt auch mal alles gesehen. Ich hoffe, ihr konntet die Werte alle erkennen. Am Ende kann man eigentlich nur sagen, wie zu erwarten war, kann der Qualcomm Snapdragon 808 im G4, was die Benchmarks angeht, natürlich nicht ganz mit dem Samsung Galaxy S6 mithalten. Und auch nicht ganz mit dem Snapdragon 810. Aber ich glaube, beim Antutu und beim Geekbench 3 hat man schon ganz gut gesehen, je länger man eben abwartet und je stärker hier die Beanspruchung steigt, desto näher kommen der 808er und der 810er zusammen. Und vielleicht ist im Alltag zumindest der 808er sogar die bessere Wahl. Mehr dazu dann im Review. Aber ich kann so sagen, nach drei Tagen bin ich bisher der Meinung, dass das eigentlich keine falsche Entscheidung von LG war, hier vielleicht sogar auf den Snapdragon 808 zu setzen. Das war es von diesem Video. Das sind natürlich alles nur Benchmarks. Wichtiger ist die Alltagsperformance. Mehr dazu gibt es dann natürlich im Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder.